Hey Chef, guck mal, was ich erfunden habe. Praktikant, was denn? Ich sehe es nicht. Na das hier überall, auf dem Schrank, auf dem Boden, auf dir. Dieses weiße, feine, fliegende Zeug, was man im Licht sieht? Genau, das habe ich aus mir selbst produziert. Ich nenne es Körperschnee. Ich muss sofort eine Gegenerfindung machen. Der Körperschneesauger. Ach man, oh. Ab jetzt landet dein ganzer widerlicher Körperschnee zusammengepresst in diesem Beutel. Wow, der ist aber schnell voll. Soll ich ihn ausleeren? Nix ausleeren, den kaufst du schön jedes Mal neu. Ich glaube, ich lasse es drauf ankommen. Diese letzten 10% reichen bestimmt noch für 20 bis 30 Mal. Aha, und mit diesem super langen Saftungskabel kommst du schön überall hin. Also es ist wirklich sehr lang, aber diese letzten 10 cm da hinten erreiche ich nicht. Dann steck's halt in einen näheren Wandsafter. Oh, da muss ich bestimmt 5 Meter zurücklaufen. Na gut, der Großteil ist ja auch schon sauber. Ja, und da stehen sowieso noch meine Schuhe. Die sind eh immer schmutzig. Irgendwie hasse ich diese Erfindung. Aber wenn Besuch kommt... Ja, Besuch.